Ich könnte mal wieder... ...wunderordnen. Ich dachte, hier gab es nur Blitzwaffen zu kaufen. Da sehe ich die einfach nur nicht. Das sind alles Schilde. Oder der vorne Blitzwaffen. Ich glaube nicht, ne? Waka steht in den Toddienst da. Kälte und Hitzeschlag. Ne, da bin ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich muss ich ohne Blitzschlag auskommen. Können wir mal speichern, weil jetzt haben wir das ganze Geld gemacht. Bing, 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 bing. Äh, war die vorhin schon da? Hallöchen süßer. Du hast viel Glück. Wir haben Sonderangebote ohne... Sonderangebote? Was hat's denn schönes? Ja. Todeschlag. 14.000. Boah. Giftschlag. Aber ich mache eigentlich keine Angriffe großartig. Kraft und Lanze. Stromschlag. Das könnte ich gebrauchen, aber... Was hat sie denn noch so anzubieten? Ja. Die Teams. Sind die wirklich billiger? Ja. Ja. Sowas von billig. Unglaublich. Blitzball spielt ihr keinen. Achja. Gondel. Ja. Ja, 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 ja. Priorität. Okay, das ist ganz toll. Da wollen wir ja schon gucken. Dann können wir nochmal speichern. Dann probier's einfach mal. Wir können doch mal Blitzball spielen. Ich mag es euch zu erinnern. Ich weiß auch nicht warum. Aber vielleicht eier euch damit greift. Vielleicht sagt ihr hier Blitzball. Voll geil. Okay. Das ist nochmal gespeichert. Haben wir. Das ist aber. Hat dich jetzt Extase schon. Ach Quatsch. Noch nicht ganz, aber gleich. Baka hat schon Extase. Das ist gut. Äh, darf ich mal? Mr. Schnuffführer. Nee. Da muss ich noch erinnern. Jojo, warte mal. Ich muss heute noch anquatschen. Hey, hey. Sehr gefährlich in Nähe von Schnu. Plattgewalz willst du werden. Du sprechen wie Yoda. Da kommt jetzt wieder eine sehr lange Unterhaltungsszene, wo ich nichts quatschen brauche. Und dann wird es spannend. So viel sei gesagt. Was mache ich jetzt in der Zwischenzeit? Ah, lesen ist eine gute Option. Während ihr euch bei der Zwischensequenz da erfreut. Und auf geht's nach Illuminum Nordufer. Hey. Hä? Schau mal. Was? Schau mal. Schau mal. Machina City, 1,000 Jahre alt. Schau mal. 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 Sie können auch die Machina benutzen? Wie die Stenium und so, richtig? Yevon entscheidet. Welche Machina können wir benutzen, und welchen wir nicht. Also, welches Machina können wir nicht benutzen? Erinnerst du Operation Meehan? Das Kind. Oder Krieg wird wiederum. Krieg? Vor mehr als 1000 Jahren, Menschen, die Krieg haben, benutzt die Machina zu töten. Sie haben immer noch mehr und mehr die Machina gebaut. Sie haben so sehr stark gemacht, dass sie die ganze Welt verletzten. Die Menschen, die Spiro, werden sie verletzten. Aber die Krieg nicht stoppt. Was passiert dann? Die Schäden kam, und sie verletzten die Stadt und ihre Machina. Die Krieg endete. Und unsere Reward... war Sin. Also, Sin ist unsere Verletzung für die Dinge aus der Hand. Ja? Mann, das ist schwer. Ja, es ist. Aber es ist nicht so, die Machina sind schlecht. Nur so schlecht wie ihre User. Es ist wegen der Menschen, wie die Ausbeden, schreien Sie alles ab. Ah! Was könnte das sein? Sitze. Entschuldigung! Ah! Die Ausbedenung! Und los geht's! Schloss mit der Ruhe! Jetzt gibt's Action! Da ist Duna gefangen. Wir müssen diese Maschine besiegen. Und wie scheint wird sie uns tapfer zur Seite stehen. Weil sie hat Kampffositionen eingenommen. Oder Kampfhaltung. Aqua-Shooter! Na dann bring mal! Boah! Jetzt bin ich aber geplättet. Kraftbrecher! Ich will meine Ekstase! Dankeschön! So, dann werden wir da mal ein bisschen auf die Ketten gehen. Hoffentlich schaffe ich den Strom. Scheiße! Nein! Oh Gott! Sind ja alle unterschiedlich. Ganz vergessen. Ja, das war jetzt nicht so geil. Ah, ich hab da auch noch was am Paddle. Hier Metzl! Super! Das waren 600. Neuner. Und immer weiter! Und weiter! Technik! Blinti! Ich hoffe, das geht doch bei einer Maschine. Immun. Okay, hat sie erledigt. Oh nein! Jetzt kommt eine Attacke, die ich nicht so gerne sehe. Er bereitet eine Explosion vor. Aber den werden wir verhindern. Nein! Wacker ist dran! Oh! Scheiße! Warum ist jetzt Wacker dran? Ganz ehrlich. Dann gehen wir in Verteidigung. No! Bitte ziehen wir 500 ab! Ja! Und der geht wieder zurück. Und das war wohl nix. Und das ist eh gleich down. Ja, okay. Aber ich sag mal so, ich geh mal auf Nummer sicher, ne? Darum. Er nimmt Schaden und taucht unter. Aqua-Shooter! Deine Maschine ist lächerlich gegen mich. Er attackiert doch nur Wacker. Welche Wacker, wo ich trainieren brauche? Ganz ehrlich. Und Ende. Tada! Lava-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-Hop. Lava-Ho-Ho-Ho-O-Hop. und Momba-Blitz. Was waren das, was wir heute, was für ein größtes Team, das wir bekommen haben? Was wir heute gesehen haben, haben wir jetzt gut gesehen. Hahaha. H- hit, sind Sie stolz? Äh, nein, ich bin okay. Höh, ha, ha. Gah, diese Alp-Leading. Isch, alle sind okay? Ich bin sorry, wir sind jetzt alle okay. Juna! Super Vollspied vor! Verdammt mich, Albert! Was wollen sie von uns? Können sie etwas mit Luca tun? Was haben sie von Juna? Warte, sie sind verrückt, dass sie das Tournament verloren haben. Oh, warte! Sie sind verrückt, dass Operation Miehen! Ich frage mich. Die Klansman der Kamari sagte nicht etwas? über die Schmerzen zu verabschiedern? Ah, also die Albede sind hinter ihnen. Die Schmerzen Plastik! Hey, Wacca! Es ist kein Wunsch zu schmerzen über die Albede jetzt, oder? Wir schützen die Juna von jemandem, von irgendwoher. Es ist so einfach. Das ist alles, was ich wissen muss. Ja, ich glaube so. Du bist recht. Du bist recht. Judo hat uns recht gegeben, das ist ein Weltwunder. So kann man das auf Video, kann man das mal wieder vorspielen. Falls ihr mal irgendwas gegen uns habt. So, wir sind angekommen. Das war episch. Hallöchen. Was ist das Lady Juna? Aha, verstehe. Ja, das ist Lady Juna. In voller Farbe. Und Größe. Und Schönheit. Genau wie ich. Was? So gespeichert. Und durchspeichert stand. Walker, was geht da? Es wird vielleicht mehr im Bett sein. Schau auf, ja? Es sieht aus, wie wir hier noch ein paar Zeit stehen. Was? Wieso? Weil die alle quatschen müssen? Ich möchte noch miterleben, wie Lady Juna auf die Stimme Zeit erneutelt. Ihr wurdet auf der Albealt immer fallen. Alter, das muss ich gerade ruhig lesen. Achso, die reden ja alle mit ihr. Ich will mitreden. Juna. Okay. Halt, hier war doch noch was. Äh, ich muss halt überlegen, wo das war. Überlege noch, überlege. Okay, wir sind abgestorben. Moment. Wo ist es denn jetzt? Achso, ich muss erst weiter. Ja, okay. Hier ist es ja noch gar nicht. Khimari Vail als Guardian von Shubov. Khimari Never Vail again. Khimari sehr scheiße. Ihr habt eine Machina, der euer Bett zerstört? Sehr gut. Seid gesegnet von Jeven. Wir müssen die Wachen verstärken, damit die euer Bett nicht hier herumhungern. Hey, komm mal da oben. 4. M ist gleich L. Und wir haben ein schönes Karussell, mit dem wir nicht fahren können. Ne, war natürlich ein Scherz. Hey, Schnu. Äh, Quatsch. Ich weiß gar nicht, was das für ein Vieh ist. Schlafen tut der Schnu. Der hat doch die Augen offen. Warten ihr sollt, bis ihr erwacht. Äh, warten ihr wollt. Hallöchen. Ich hatte mich gewundert, warum auf dieser Seite des Flusses keine Halsabschneider sind. Aber ich versah... Aber ehe ich versah, hatte ich einem Typen schon eine Tonne meise Zeug gekauft. Ja, das kommt davon, wenn man denen glaubt hier. Boah, lass mal sehen. Mal gucken, ob jetzt... Ja, ganz viele tolle neue Sachen. Hey, Opa. Nach 5 Jahren endlich sah ich meine Tochter. Klingt irgendwie komisch. Nach 5 Jahren sah ich endlich meine Tochter. Äh, irgendwie besser. Äh, die mir von Sin genommen wurde wieder. Ich muss dir schon sagen, ein wundersamer Ort ist das Guadoslam. Salam. Guadosalam. Salam. Malaika. Mauren. Guardiuna. Mach ich doch nie. Ach, da sind es ja schon die Guados. Na, die Juno scheint eingetroffen zu sein. Man spürt förmlich die Erregung des Volkes. Das Erbegroße... Das große Erbe des Vaters und zudem das Volk... Blablabla. Jetzt muss ich mich entscheiden. Hm, hm, hm. Alter. Die spielt. Ich mach einfach mal einen Vertrag von 5 Spiele. Jetzt müsst ihr eigentlich wieder gucken gehen, was die drauf hat. Ach, Spielern jemanden rausnehmen. Äh, was hat ich jetzt kacke? Ich muss das Ding rausnehmen. Äh, scheiße. Äh, links, rechts, Verteilung ab der... Scheiße, nehm ich jetzt Letty raus? Boah, fuck, ich muss das Ding rausschmeißen. Ähm, ich muss ja... Äh, kann ich das vielleicht irgendwie nachlesen? Moment. Bitte. Strategie, Plan, das hieb mich nicht. Äh, halt da steht irgendwas. Moment, äh, bekannte... Ne. Scheiße. Ich werfe jetzt einfach Letty raus. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ist das nicht auch ein Ding-Spieler? Ne. Guadus salam. Guadus salam. Ist ganz in der Nähe. Doch auf dem Wege sind viele Monster. Ich gebe euch einen guten Rat. Seid gewappnet, wenn ihr feuert euch auf... Äh, feuert euch... Ja. Okay, mach mal. Eta halten. So, meine Freundin, jetzt gibt's gleich was für die Augen. Besonders für die, äh, pubertierenden Augen. Jetzt wird sich gleich nämlich jemand ausziehen. Nicht Norb, aber... Etwas in weiblicher Art. Und darauf wollt ihr eh schon alle auf, wartet doch nur. Sind schon alle dabei. So, halt. Moment. Mal schnell wacker. Ja, geht da gleich los. Die können schon ruhig mehr abwarten. Bis sich da jemand auszieht. So, dann gucken wir mal. Ah, schön diese Landschaft, ne? Guck mal, hinten ist ne Kiste. Dann kommen wir gleich ran. Und Nanu, wer liegt denn da rum? Na, das gehen wir gleich mal angucken. Hm, hm. Hä? Huh? 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 thought I was done for back there. Ah! Riku! Du bist Riku! Hey! Du bist okay! Wie bist du? Terrible. Ja, du bist nicht so gut. Was ist passiert? Du hast mich gebetet, weißt du? Oh! Das Machina? Das war du? Du? Mhm. Oh, das hat wirklich verletzt, weißt du? Du großartig. W-w-warte! Aber du hast uns attackiert! Nuh-uh. Das ist nicht genau das, was du denkst. Du! Oh-oh. Wacker und ein Allbad. Und du kannst das sagen. Ich bin Riku. Yuna? Lulu? Ich habe dich über sie gehört, weißt du? Sie war derjenige, die mir zu helfen, bevor ich auf Besaid wurde. Sie ist ein Allbad. Ich habe dich überrascht. Du wirst, dich verstecken, wirst du dich überrascht. W-wärchst du voran? Das ist ein Allbad. Du gehst zu erfahren. Du wirst dich hierher. Oh, gehen Sie hin. Mädchen nur. Mädchen, bitte warte da. Genau. Entschuldigung, Waka. Herr Oren, ich möchte Riku sein. Jetzt kommt nämlich der Test. Schau mir dein Gesicht. Schau mir an. Oh, okay. Öffne deine Augen. Wie ich dachte. Ähm, nicht gut? Bist du sicher? 100%! So, anyway. Kann ich? Wenn Yuna wünscht es. Ja, ich mache. Riku ist eine gute Frau. Sie hat mir ein paar. Ja, ich mache das. 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 Dann muss ich einfach sein. Es war verrückt. Ich mache das. 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 Ich mache das.